lebt ja noch Hilder droppen die Zombies viel Geld auf ich bin nicht tot nicht so schnell ja komm bleib bei dem Typen ja ist ja gut momentan mach ich die Taktik ich holz die mir um und explodiere auslösen ich komme zur Hilfe Alter ich hab meine Spezialfähigkeit noch nicht fertig verarsch mich doch nicht boah Junge mach hin lauf doch einfach durch aber wenn ich durchlaufe dann ich bekomme sonst keine EP weil du die alle immer weg killst mein Gott dann kann ich die Chance nochmal nutzen ja ich glaube wir haben gleich geschafft haben wir geschafft wir haben geschafft soll ich kommen ich warte einfach mal hier hinten Schlösser klacken das ist ein ganz schön langer Weg ja ich hab echt alles am nehmen gelassen das ist ja echt unglaublich so meine Mariette ist damit offiziell tot ich hab die gerade ja ich hab auch alles am Leben gelassen extra für dich hm hm warum schießt du den jetzt über den Haufen weil ich äh kurz Platz brauchte sonst tot gewesen wäre so muss einmal und um den Zaun rum das ist mit dem Wasser Turm hier gib mir die Belohnung Opa muss ich mir vorstellen wie ich auf einmal ihm dann einfach meinen halben Schädel wegschlage einfach so kritische Treffer mit modifizierten Waffen entfesseln vernichtende Spezialeffekte Level ab worauf gehen wir diesmal Haltbarkeit von stumpfen Waffen gluck 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 gehalten der gesunden jeder kill bei Raserei stellt Gesundheit wieder her da du bei Raserei aber kaum was gibst richtig cool unsere Charaktere können nicht schwimmen erstmal das hier Haltbarkeit ist doch wichtig was unsere Charaktere können nicht schwimmen bist du tot oder was ne aber fast ersorfen weil ich ins Wasser gegangen bin und dann höre die Flügel um das Wasser hochzularn die Flügel um die Wasserflügel um den Wasser hochzularn zu erhöhen Wollen wir uns helfen, Freunde? so gut wo bist du denn ersorfen, hier? naja ich habe versucht rein zu gehen kein Kommentar dazu. Yep. Zombies gehen auf eine Ferieninsel. Mit schönen Strand und Meer und all sowas. Du musst die Ventile schließen, macht aber nichts. Gehen auf jeden Fall auf so einen Urlaub mit schön viel Strand und so weiter. Genau, Zombie, spring ins Wasser rein. Und dann können sie nicht mal schwimmen. Ja. Das, mein Freund, heißt Skill. Öffne die Fluttore. Die haben sie doch gerade jetzt umgemacht. Der Arme. So, die Fluttore. Das Wasser ging richtig zurück. gesehen. Naja. Hier ist der Werkbank. Gleich. Wow. Das war knapp. Der ist fast aufgestanden. Cola, 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 Cola. Explodieren da. Ich hasse dich. Hättest du auch vorher, hättest du auch sagen können, vor ich vor dem Typen stand. Ne? Hab ich. Ja, ich budiere, ne? Bang. Schockpistole. 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 Ne Werkbank. Sofort reparieren. Schockpistole. Streitgolben, auch nochmal reparieren. Boah, 7934 Dollar habe ich. Überleg mal. Überleg mal. Hey. Schrott, Schockpistole, Bauplan. Stimmt, da ist, ne. Okay, wir kriegen sie doch nicht immer. So, ausstellen. Geht aber relativ fix. Genau, jetzt kommen die Wasserleichen. Äh. Die brennen gut. Ist der vollgepumpt mit Wasser, oder wie? Jupp. Wird die Haut echt durchsichtig, wenn man so lange unter Wasser ist? Kann sein. Hier lang. Da spring ich nicht runter. Genau deswegen. Oh. Wo kommen die denn alle her? Oh. Ah, wie geil, wenn man stirbt, verdient man Geld. Ja. Wusste ich gar nicht. Jetzt reicht's aber. Kommt doch. Kommt doch. Komm doch, du scheiße Wasserleiche. Oh. Ach. Ja, willst du noch? Wutz. So sieht's aus. Ah. Hey, ich hab auch das erst mal Fleisch bekommen. Sieht aber komisch aus. Da hängen die Gedärme raus. Wo? Bei dem. Bei den dicken. Nee, die Haut ist nur so durchsichtig, dass du die Gedärme siehst. Nein, nein. Die Gedärme hängen runter. So, raus. Jetzt. Okay, ich hab jetzt gerade einen Energy-Drink getrunken, der in der Kalonisation lag. Ich spritz mir gerade drei Spitzen hintereinander. Das ist nicht besser. Schanky. Richtig. Dunkel. Taschenlampen. Eigentlich falsche Richtung, wenn ich das mal so sagen darf. Aber hier unten sind Zombies. Was sieht das denn aus? Ist so. Ach, ich hau den Senkrecht auf den Schädel und trotzdem fehlt der Schädel ab. Waagerecht zum Hals. Guck mal, da ist das Oblivion sogar besser. Von der Physik her. Äh, ich meinte Skyrim. Ich will gerade meine Spezialfähigkeit aktivieren. Nix. Mach doch. Ja, dann lässt du ihn kill ich dir aus. Jetzt ist auch nichts mehr. Nicht? Nein. Na? Kannst mich? Na? Kannst du dich treffen? Hm? Kannst du hier, Roger? Hm? Na? Nein. Natürlich nicht. Hoho. Das sah irgendwie cool aus. So, ab jetzt ist es nur noch ein Oberkörper. Ich hab's gesehen. Bin ich ein kleiner Irrer? Ja, bin ich. Mann, die wollte ich ja... Wie viele Melee-Kids habe ich eigentlich gar keine mehr. Hahaha. Auch mal Licht hier. Jo, Gegner, was geht ab? Oh, das ist ein Schläger, sag mir das doch. Was ist ein Schläger? Ich hab mich schnell elektronisiert. Siehst du das? Ja, ich hab ihn, ich hab einen Schläger auch verbrennen lassen. Oh. Tanz, baby, tanz. Das Geile ist, du musst dich auf dem Netz schlagen. Gehst du? Moment, da. Alter! Der Zombie lebt noch, obwohl ich ihm den Kopf abgeschlagen hab. Tja. Wow. Hast du noch nie Half-Life gespielt? Äh, nö. Da rennen dir die Gegner hinterher, obwohl sie keine Beine mehr haben. What? Ja. Versuch dich dann in den Knöchel zu beißen. Ach so. Ja, okay. Hinten ist eine Werkbank und eine Tür, die man aufmachen kann. Er hat mal, warum ich oben lang gegangen bin. Weil. Hey. Bauplan, Gift. Oh. Oh, wie viel? Glühende Klinge-Mod. LP-400-Batterie. Was ist das? Keine Ahnung. Ich hab Pistole. Mhm. Ey, wie kann's eigentlich sein, dass du überhaupt noch Geld hast? Ich hab's dir dem... 8.456 Dollar. Du musst das Geld doch so wegschmelzen, wenn du jetzt mal deine Waffen reparieren musst. Geht. Ich frag mich das sehr auch, warum ich dauernd Gewinn mache. Ich verstehe das auch nicht. Also... Okay. Bombe, 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 Bombe. Ha. Also langsam hab ich die Nähe raus, wie ich die Typen... ...und Wasserleiche. Komm doch. Na, nicht so. Boah, das sah cool aus. Ich hab den gegen... ...gegen die Metall... ...Barren gedrückt, so gesehen. Mit nem Schlag. Schade. Schade. Da sitzt er einfach. War das die Wasserleiche? Nein, die Wasserleiche liegt, äh... ...hier. Tür auf. Tür auf. Hier haben wir nix mehr. Da kommen wir nicht durch. Gut, Tor 1 ist zu, Tor 3 ist zu. Also nehmen wir Tor 2. Nehmen wir das? Polizisten. Wir fahren liegen hier. Da bugt der erst mal rum. Ja. Oh. Hehehe. Boah. Oh, fast... Boah, 600. Die haben... Die haben... Also, deren Haut platzt auf... ...und dann hängen die Gedärme alle unten. Okay. Wo kann man nochmal Taschenlampe bauen? Äh... Tee. Aber das ist nicht bauen. Da kannst du sie einsetzen. Ja. Aber ich weiß ja, was du meinst. Ich renne die ganze Zeit nämlich ohne durch. Ich hihihi. Mach ich denen kein Licht? Nö. Oh. So. Fall schön hin. Ja. Ja. So. Ja. Was machen wir denn jetzt hier noch? Ja. Flieger, oder? Winderstilger, oder? Au. Boah. So. 600. Boah. Alter. Hab ich den... Nein. Okay, wir haben die beide one-hitted. Ja. Besenstiel. Braucht den wer? Wie Schaden machen die mittlerweile? Okay, immer noch die gleiche. Noch ne Werkbank. Aber... Kein Plan. Schaden. Ausweis. Ich habe jetzt 900, 200, 33... 9.233. Ich habe jetzt 3.000. Ich verstehe das nicht. Ich... Momentan bringen die Zombies auch extrem viel Asche. Ja, das ist wohl wahr. So. Was ist denn hier? Ich spinne es. Ach, nix. Da. Ting, ting, ting. Schneid ihm alles ab. Alles. Alles, was er hat. Sehr wohl. Na los. Fein. Noch was. Die Beine bleiben aber bei dir auch nicht liegen jetzt, ne? Doch. Doch. Ne, bei mir sind sie verschworen. Bei mir liegt alles. Hm. Bei mir liegt nur manchmal was. Wahrscheinlich liegt das daran, dass... Das... Äh... Na? Keine Ahnung. Ist das eine Grafikeinstellung? Was? Eine Grafikeinstellung? Wahrscheinlich habe ich die höchste. Bombe, 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 Bombe. Ja, okay. Oh. Bei ihm ist alles... Guck mal, jetzt hier... Hier sehe ich jetzt die Beine und die Arme. Aber wenn du die abhackst, dann sehe ich die manchmal nicht. Das liegt wohl entweder an der Verbindung oder... Na ja, also ich sehe dies auch nicht bei dir. Als du sie gemacht hast. Ah, dann ist das wohl nur zufällig. Aber... Nee, ich vermute mal stark, dass das... Alter, was ist das für ein Messer? Hä? 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 Wie ein Hackball. Bei 300 Damage. Ui. Was ist das denn? Was will ich jetzt mal sehen, was passiert mit dir? Liegt's. Keiner mit dir. Ich muss sagen, morgen. Wenn wir hier durchgehen, werden wir wahrscheinlich gegrillt. Na, glaub ich auch. Was steht denn da auf? Ein Gear. Ah. Okay. Noch eine Werkbank. Und Cola. Und dann reparieren wir mal wieder. Ich bin Level 22. Kann es sein, dass ich wieder was skillen kann? Ja. Kann ich. Boah, ich bin gut. Was mache ich denn? Stumpfe Waffen sind deine bevorzugte Instrumente der Zerstörung. Schaden durch stumpfe Waffen plus 5 Ausdauerkosten von den Stumpfen Waffen minus 10% Chance auf kritische Treffer mit stumpfen Waffen 2% Schaden durch Kopftreffer mit stumpfen Waffen 10% Erledige niedergewaffene Feinde mit einem mächtigen Trampler? Naja, nieder-tramp- also, wenn die auf dem Boden liegen, kannst du nicht in den Kopf eintreten. Och. Geil. Okay, schieb Feinde beiseite, um etwas Platz zu schaffen. Wer Feinde zu Boden? Äh. Was mache ich das hier? Schwache Ausnutzung. Wie? Wie? Ja. Da muss ich nämlich drei Stück hier reinpacken und dann kann ich hier Experten für stumpfe Waffen reinpacken. Dann gucke ich mal nach, was genau alles ist. So sieht's aus. So sieht's aus. Boom. Boom. Die Leiter müssen wir hier runter, oder? Nein. Doch. Nein. Wie? Nein. Gut, Mann. Und ich habe keinen Leben verloren. Bäh. Ich bin ein Gott. Glückspilz. Oh, ich habe noch direkt so einen Spuckerfall. Noch eine Bombe gekillt. Hm. Mit einem Schuss? Nö, mit dem Fass, was ich runtergeworfen habe und dann drauf geschossen habe. Also mit einem Schuss. Ja, feinlich. Oh, yeah. So, zur Stadthalle. Könnten wir hier einen Schnitt machen? Richtig, bin ich auch dafür. Hier machen wir einen Cut und ich sag mal bis morgen, oder? Ja, bis morgen. Hier ist eh ein Kontrollpunkt. Also, erstmal ciao Leute. Tschö. Und bis zur nächsten Folge. Tschö. Tschö.